wenn du hier gerade dieses video siehst dann ist die wahrscheinlichkeit ziemlich hoch dass du irgendwie im online marketing unternehmertum oder im bereich der persönlichkeitsentwicklung unterwegs bist ich erzähle dir mal heute etwas sicher kennst du hochrangige persönlichkeiten wie die bonzix oder rau klickt da oder auch die kräuter die koryphäen dieser branche und vielleicht schaust du sogar zu ihnen auf vielleicht bist du sogar einer von ihnen und weißt du du hast ein problem du hast ein richtig fettes problem und zwar definierst du dein gesamtes selbstbild nur über äußerlichkeiten und was jetzt vielleicht dahergesagt klingen mag du wirst sagen nee nee ich habe auch innere werte du kennst mich ja gar nicht glaub mir ich kenne dich besser als du denkst du denkst dieses leben hier auf der erde ist irgendwann vorbei und da hast du recht eines tages er entscheidet wann soweit ist ist das leben vorbei und das kann sogar schneller sein als du denkst kann natürlich auch noch sein dass es noch ein paar jahrzehnte dauert wenn du glück hast was ich sagen möchte ist egal wie erfolgreich du bist der tag kommt und du wirst diese erde eines tages verlassen und ich frage dich bist du darauf vorbereitet weißt du wie es danach für dich weitergeht oder bildet sich dein gesamter selbstwert nur auf dem was du erreicht hast nur auf dem was du an wissen angesammelt hast und wenn ja dann lade ich dich ein kommen in ein gespräch mit mir oder einer person aus meinem team denn dann ist das höchste eisenbahn dass du mal tiefer gehst und dass du mal wirklich hinschaust warum bist du eigentlich hier und vor allem was ist eigentlich dein ganzheitlicher lebensansatz der bis in alle ewigkeit funktioniert ich freue mich dich kennenzulernen bis bald dein johannes bis bald